Hallo und herzlich Willkommen bei koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Kartoffelfrittata mit Tomaten und Mozzarella vorstellen, die ich heute mal wieder im Ninja Foodimax mache, funktioniert aber in jeder Heistowfritteuse. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles was ich brauche, habe ich wieder rausgelegt. Wir brauchen auf jeden Fall Kartoffeln, Zwiebel, zwei Eier, zwei Tomaten, ein bisschen Bacon, Petersilie, Mozzarella, Muskat zum Würzen und Pfeffer und Salz und das war es auch schon. Los geht's! Ich fange damit an, dass ich die Kartoffeln schäle. Umgeschäle geht es nicht, also erstmal die Kartoffeln schälen und wenn ich meine Kartoffeln hier geschält habe, dann raffle ich die, also etwas grober. Nicht reiben, wir wollen keine Kartoffelpuffer machen, sondern raffeln ein bisschen grober hier gleich auf Haushaltspapier, dann werden die gleich ein bisschen trockener und wenn ich meine Kartoffeln geraffelt habe, wenn ich damit fertig bin, dann gebe ich meine geraffelten Kartoffeln hier in einen Nudelfang oder ein Sieb und wässere die Kartoffeln jetzt gleich und damit ich die Stärke so ein bisschen auswasche. Das würde dann dazu, dass die Kartoffelmasse später so ein bisschen mehr crispy wird, krosser wird. Also nochmal in so einer Schüssel stellen mit Wasser für ein paar Minuten, ein bisschen vermischen und in der Zeit können wir uns jetzt hier um die Tomaten kümmern. Zunächst mal Deckel abschneiden hier mit den grünen Stängeln, die machen wir nicht mit essen. Dann die Tomate in Scheiben schneiden, das müssen wir gar nicht machen. Nicht so dünne Scheiben, ruhig etwas dicker. Dann hacke ich meine Petersilie und wenn ich die Petersilie gehackt habe, die wir hier für die Kartoffelmasse brauchen und zum Garnieren nachher, dann hole ich schon mal meine Kartoffeln wieder raus und lasse die jetzt ordentlich abtropfen und ein bisschen ausdrücken nachher, damit die richtig trocken sind und das Wasser raus ist. Also erstmal wegstellen und dann mache ich hier weiter mit der Zwiebel. Auch die Zwiebel raffle ich nur, die reibe ich nicht ganz klein. Ist das eine Geschmacksfrage, kann man beides machen. Also ich habe es hier geraffelt, ich fand das passt ja ganz gut. Und wenn ich meine Zwiebel auch geraffelt habe, dann kann ich die zur Kartoffelmasse geben und dann fehlt noch ein einziger Vorbereitungsschritt, kann man durchmachen nachher, wenn die heiße Fritteuse an ist. Aber ich mache jetzt hier noch mal meine Mozzarella, den wahrscheinlich in Scheiben und Streifen dann in kleine Würfel. Und da können wir auch schon in die Schüssel gehen. Jetzt mische ich hier meine Kartoffel-Zwiebel-Masse mit den beiden Eiern, gebe Pfeffer und Salz dazu als Gewürz und Muskat. Und außer den Gewürzen kommt jetzt noch die Hälfte der Petersilie dazu, nur die Hälfte. Denkt daran, die andere Hälfte hier, die wir jetzt hier noch drin haben, die brauchen wir später zum Garnieren. Das war es auch schon an Zutaten, die wir in die Masse brauchen. Jetzt heißt es mischen, mischen, mischen. Und zwar so lange, bis die Masse wirklich gut vermischt ist, bis sich hier die Eier, Kartoffeln, Zwiebel, Gewürze, Petersilie gut zu einer homogenen Masse vermischt haben. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir die Masse zunächst mal kurz beiseite stellen. Und jetzt nehme ich hier meine Auflaufform. Ich habe hier so eine kleine Auflaufform, die in die Linie passt. Ich blende euch rechts oben mal mein Unboxing an für Zubehör für die Heißluftfritteuse. Das gibt es also für alle Geräte. Ich habe hier so eine kleine Form und die bedecke ich jetzt hier nochmal mit Backpapier. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich dadurch so die Form ein bisschen abdichte, damit die nicht mehr ausläuft. Hat nicht funktioniert, seht ihr nachher. Da läuft dann trotzdem noch so ein bisschen Kartoffelwasser aus. Aber war eine Idee. Jetzt belege ich hier den Boden der Form mit dem Bacon. Und wenn ich den gesamten Bacon verarbeitet habe und den hier ausgelegt habe, dann kommt auch schon die Kartoffelmasse in die Auflaufform, in die kleine hier. Und das ist jetzt wirklich easy. Einfach reingeben und so ein bisschen flach streichen, damit wir eine einheitliche Oberfläche haben, damit da nichts verbrennt. Und da seht ihr auch schon rechts unten und an der Seite kommt dann doch wieder Suppe raus. Okay, jetzt setze ich die Auflaufform in den großen Grilleinsatz. Unten habe ich schon den kleinen drin, damit die Auflaufform möglichst hoch kommt. Das passt gut rein in den Ninja Foodimax. Und jetzt stellen wir den Foodimax an und stellen ein, was wir brauchen. Und zwar brauchen wir hier jetzt die Airfry-Funktion. Wir wollen also hier die Highstop-Funktion nehmen und deswegen hier darauf achten, dass ihr Airfry habt. Vorgeschlagen bei mir hier schon 200 Grad und 20 Minuten genau richtig. Los geht's. Und die arbeiten wir jetzt noch ab. Und wenn die 20 Minuten hier vorbei sind, wenn der Ninja Foodimax sich meldet, sagt ich hab fertig, dann seht ihr auch, dass die Kartoffelfrittarte jetzt im Prinzip fertig ist. Und die sieht auch schon richtig lecker aus. Die riecht auch schon richtig gut. Die könnte man jetzt schon essen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Denn wir wollen jetzt natürlich noch als oberes Topping die Tomaten drauf geben. Aber bitte aufpassen, heiß. Die Ränder sind alle heiß hier. Nehmt im Zweifel Handschuhe. Verbrennt euch nicht. Also die ganzen Ränder hier sind jetzt natürlich heiß. Ich verteile also meine Tomaten hier darauf und oben drüber gebe ich jetzt die Mozzarella. Das war dann auch schon hier der letzte Arbeitsschritt. Fast der letzte Arbeitsschritt für meine Kartoffelfrittata. Dann machen wir den Deckel wieder zu. Und jetzt wollen wir natürlich hier Mozzarella und Tomaten noch mal richtig angrillen. Und dazu mache ich den Foodimax wieder an und nehme jetzt nicht die Airfry-Funktion, sondern die Grillfunktion. Also Grillen, 240 Grad ist schon voreingestellt. Und bei mir waren das nur 5 Minuten. Das verbrennt sehr schnell. Also 5 Minuten reichten hier bei mir. Der Grill ist ziemlich leistungsfähig. Und dann machen wir an. Und wenn die 5 Minuten Grill hier auch vorbei sind, dann können wir auch mal reingucken in den Foodimax. Und dann seht ihr hier, dass die Kartoffelfrittata mit dem Bacon und den Tomaten und der Mozzarella richtig, richtig lecker geworden ist. Also brutzelt an der Seite noch schön. Riecht auch schon ganz wunderbar. Also unser Kartoffelfrittata ist im Prinzip fertig. Und jetzt können wir auch den gesamten Einsatz rausheben. Ich sage es nochmal. Achtung, Achtung, Achtung. Heiß. Deswegen habe ich auch Handschuhe an hier jetzt. Bitte passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Also die Auflaufform raus. Und damit sich die Frittata jetzt gut aus der Form löst, nehme ich jetzt hier so einen Kunststoffspachtel und löse die Seiten so ein bisschen, die Käseränder, damit ihr euch die Frittata nicht zerreißt. Die ist immer noch relativ weich. Die ist zwar fest, aber doch noch filigran. Ja, und das sieht dann so aus. Und als letzten Schritt muss ich jetzt eigentlich nur noch die Petersilie drüber geben zur Garnitur. Und dann kann man schon gucken, ob das geklappt hat. Ja, wie ihr seht, sieht meine Kartoffelfrittata hier mit Tomaten, Bacon und Mozzarella super, super lecker aus. Oben so ein bisschen crispy und der Mozzarella ist schön zerlaufen. Der Koch ist wirklich wundervoll. Die Kartoffelmasse ist gut gestockt. Die ist fest genug, aber eben auch nicht trocken. Also ein ganz wundervolles Rezept. Mir hat es echt gut gefallen. Geht schnell in der Heißdruckfrittür, wie jeder andere auch. Also ich denke, meine Kartoffelfrittata mit Bacon und Mozzarella und Tomaten hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst. Guck mal schnell. Dann.